So, dann war jetzt noch eine Frage, die sich zwischendurch ergeben hat, was macht man bei der Knotenspannungsanalyse, wenn man eine Schaltung hat, wo eine Spannungsquelle drin vorkommt, die keinen direkten Reihenwiderstand hat, sodass man die nicht in eine Stromquelle mit Parallelwiderstand umrechnen kann. So, ich würde jetzt mal als Beispiel vielleicht so diese Schaltung nehmen, wo sich das meines Erachtens ganz gut anbietet, überhaupt irgendwie sowas wie Knotenspannungsanalyse, Maschenstromanalyse oder so zu benutzen. Nehme ich so eine Brückenschaltung, also eine H-Brücke mit einem Brückenzweig in der Mitte und die Widerstände nenne ich mal R1, R2, R3, R4 und R5 hier in der Mitte. Ja, und die Spannungsquelle nennen wir einfach UQ. So, und wir könnten uns jetzt noch irgendwelche Zahlenwerte ausdenken, ich glaube es geht aber eher so ums Prinzip. Ja, und jetzt kann man sich erstmal kurz überlegen, warum wäre das super sinnvoll, solche Aufgabe überhaupt mit Knotenspannungsanalyse oder sagen wir mal mit irgendeinem Berechnungsverfahren zu lösen. Naja, weil man hier nicht weiterkommt mit Reihenschaltung, Parallelschaltung, Strom- und Spannungsteilerregel, weil es diesen blöden Widerstand R5 in der Mitte gibt. Wenn es den nicht gäbe, ja, dann wären die einfach in Reihe, die beiden wären in Reihe, die beiden Zweige wären zueinander parallel. Ich könnte einen Gesamtwiderstand sozusagen ausrechnen, könnte einen Gesamtstrom ausrechnen, könnte eine Stromteilerregel nutzen, um zu gucken, wie teilt sich der Strom auf die beiden Zweige auf, könnte eine Spannungsteilerregel nutzen, um zu gucken, wie teilen sich da die Spannungen auf. Ja, und das funktioniert aber nicht, weil durch diesen Widerstand sind eben die nicht direkt parallel, die auch nicht, die sind nicht direkt in Reihe, weil ja hier immer Spannung abfallen kann, Strom abfließen kann. So, also könnte man zum Beispiel sowas benutzen, wie Knotenspannungsanalyse. Und könnte jetzt sich überlegen, okay, wie geht so im Normalfall Knotenspannungsanalyse? Was ist Schritt 1, Schritt 0 der Knotenspannungsanalyse? Sagen wir mal. Genau, also einen Bezugsknoten auswählen, Referenzknoten auswählen, Masseknoten auswählen. Und ja, warum braucht man den? Naja, um sich seine Knotenspannung zu definieren, weil diese ganzen Knotenspannungen sind ja immer bezogen auf diesen Bezugsknoten. So, und jetzt können wir gucken, also wir haben vier Knoten, ja. Wir könnten den Bezugsknoten also hier hinpacken, hier hinpacken, hier hinpacken oder hier hinpacken. Und im Prinzip ist es total egal, wo wir den hinpacken. In dem Fall ist es schlau, den hier unten hinzupacken. Warum? Genau, weil das, also weil das ein, oder weil das, genau, weil das sozusagen auch das Bezugspotenzial unserer Spannungsquelle ist, weil da der Spannungspfeil von der Spannungsquelle zeigt. So, also nehmen wir den als Bezugsknoten und jetzt können wir die anderen irgendwie beliebig durchnummerieren. Also wir könnten sagen, das ist 1, 2 und 3 oder 1, 2 und 3 oder 1, 2 und 3 oder wie auch immer. So, wie machen wir das? Ist eigentlich im Prinzip auch egal. Ich würde das jetzt so machen, vielleicht wirklich, dass ich den 1 nenne und den 2 und den 3. Also ich würde dem hier oben die letzte Nummer geben, weil wir dann sagen können, dieses, also die Knotenspannung am Knoten 3, die ist eben schon gegeben durch unsere Quellspannung. Könnte ich aber im Prinzip auch mit Knoten 1 machen, Knoten 2 machen, das ist jetzt relativ beliebig. Ja, so, okay. Und jetzt, also wir haben mit Zufall festgelegt, wir haben die anderen Knoten durchnummeriert. Und jetzt kann man im Endeffekt sich so diese Matrix aufstellen, die man braucht, um das zu lösen. Ja, was ich jetzt in dem Fall nicht so richtig empfehlen würde, weil wir ja diese ideale Spannungsquelle da drin haben und nicht so richtig wissen, was mit der passiert. Also würde ich jetzt mal im nächsten Schritt im Prinzip Knotensätze aufschreiben für diese verbleibenden drei Knoten. Also machen wir einen Knotensatz 1, einen Knotensatz am Knoten 2 und einen Knotensatz am Knoten 3. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal Ströme. Und die würde ich jetzt alle so nennen, wie die Widerstände heißen. Und ich lege nur mal eine Richtung fest. Die sollen alle nach unten zeigen. Bis auf der hier, der soll nach rechts zeigen. Und vielleicht bräuchten wir hier oben noch diesen hier. Den nennen wir einfach IQ. So. Also kann ich am ersten Knoten aufschreiben. Null ist, also Summe zufließende Ströme zähle ich positiv, I1, abfließende Ströme zähle ich negativ, minus I2, minus I5. So. Am zweiten Knoten hier drüben, Null ist gleich, I5 fließt drauf zu, I3, I4 fließen ab, also minus I3, minus I4, plus I5. Und am dritten Knoten, an dem da oben IQ fließt drauf zu, I1 und I3 fließen ab, minus I1, minus I3. So. Und jetzt können wir im nächsten Schritt immer die Ströme an den Zweigen ersetzen durch die Zweigspannung. Und anstatt jetzt Widerstände zu schreiben, anstatt dass man schreibt U1 durch R1, schreiben wir immer G1. Einfach um, also I ist G mal M. Also steht hier, G1 mal U1, minus G2 mal U2, minus G5 mal U5. So, hier steht, minus G3 mal U3, minus G4 mal U4, plus G5 mal U5. Und hier unten steht, ja, das IQ kann ich nur abschreiben, ja, und dann steht da minus G1 mal U1, minus G3 mal U3. Oh ja, hier muss ein Plus hin. Also die fließen ja beide drauf zu und der R4 fließt ab, genau. Also das muss ein Plus sein an der Stelle. So, und jetzt können wir, also, ne, jetzt können wir hier irgendwie drauf schauen. Wir haben drei Gleichungen und wir haben aber immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Unbekannte. Also drei Gleichungen, sechs Unbekannte, schwierig, können wir nicht lösen, Gleichungssystem. Ja, aber jetzt kommt der erste richtige Knotenspannungsanalyse-Trick. Wir ersetzen jetzt die Zweigspannungen durch diese Knotenspannung. Also wir denken uns jetzt diese Knotenspannung und sagen, das ist U-Knoten 1, das ist U-Knoten 2 und das hier oben ist U-Knoten 3, beziehungsweise, da können wir direkt hinschreiben, das ist U-Q, ja. Weil die kennen wir ja durch unsere bekannte Spannungsquelle hier. So, und jetzt könnte man sich das hier nochmal so praktisch explizit hinschreiben. Also, die Spannung U1, die hier oben, ja, die ergibt sich, indem ich U-Q rechne minus die erste Knotenspannung. U-Q minus U-Knoten 1. Die zweite Zweigspannung, das ist die hier unten, die entspricht direkt der ersten Knotenspannung. Die dritte Zweigspannung, das ist die hier oben, die hier, ja, die entspricht U-Q minus U-Knoten 2. So, die vierte Zweigspannung, das ist die hier unten, die entspricht einfach direkt der zweiten Knotenspannung und die fünfte Zweigspannung, das ist jetzt diese hier, das ist, wenn ich U1 nehme und minus U-Knoten 2 rechne. Also U-Knoten 1 minus U-Knoten 2. So, und den ganzen Spaß muss ich jetzt nehmen und muss ich wieder hier hinten einsetzen. Ja, und dann können wir gucken, also ich habe jetzt fünf unbekannte Größen, die fünf Zweigspannungen ersetzt durch im Prinzip zwei unbekannte Größen. Erste und die zweite Knotenspannung, U-Q kenne ich ja, den Wert der Spannungsquelle kenne ich. Ja, und dann habe ich noch eine dritte Gleichung, die kann ich eigentlich weglassen. Also kann ich auch mit reinnehmen in das Gleichungssystem. Hier steckt noch eine dritte Unbekannte drin, nämlich hier kriege ich den Strom raus, der durch die Spannungsquelle fließt. Ja, das porzelt mit als Unbekannte raus. So, da gibt es erstmal eine Frage. Also bei solcher Aufgabe, wo da eine ideale Spannungsquelle drin vorkommt, würde es auf das Gleichungssystem definitiv auch Punkte geben. Also wir können das, wir schreiben es jetzt mal gleich noch fertig auf und dann gucken wir mal, ob, weil ich, ich bilde mir einen so richtig gut mit der reinen Matrix-Methode, auf der Hauptjahr steht das, auf dem Nimmjahr, komme ich da nicht hin, weil, weil es ja für, zumindest in der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse für eine ideale Spannungsquelle keine Regel gibt. Ja, wie ich mit einer idealen Spannungsquelle umzugehen habe. Also sowas gibt es in einem anderen Berechnungsverfahren, was sich modifizierte Knotenspannungsanalyse nennt, aber das behandeln wir in Grundlagen Elektrotechnik nicht. Das machen wir mal irgendwann im Master. Ja, also da gibt es schon Regeln, aber die, ja, also wir schreiben mal Gleichungssystem auf in Matrixform, können wir es nochmal diskutieren. Das lohnt sich im GT-Kontext nicht so richtig, weil die eine Idee, warum wir Knotenspannungsanalyse nutzen, ist ja, da kommt ein kleines Gleichungssystem raus. Und ein kleineres Gleichungssystem lässt sich im Prinzip leichter von Hand lösen. So, wenn ich aber diese modifizierte Knotenspannungsanalyse benutze, dann ist jede Spannungsquelle, die ich da reinfeuere, die macht wieder eine zusätzliche Zeile und Spalte in der Matrix und dadurch wird das Gleichungssystem wieder größer. Ja, Computer ist das egal beim Lösen, dem Mensch wieder nicht so richtig. So, also, wollen wir jetzt nochmal das jetzt zu Ende führen mit dem ersten Knotensatz. Ich schreibe auf 0 ist gleich, ja, so, dann steht hier also G1 und für U1 setze ich jetzt ein, das ist UQ minus U-Knotenspannung 1. So, dann steht da minus G2, für U2 setze ich jetzt ein, das ist Knotenspannung 1. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht verschreibe und für G5 und U5 setze ich jetzt ein, Knotenspannung 1 minus Knotenspannung 2. So, für den zweiten Knoten, G3 mal U3, also hier steht UQ minus Knotenspannung 2, dann minus G4, G4 ist, also die Spannung U4 ist einfach die zweite Knotenspannung und dann steht hier plus G5 und G5 kann ich hier einfach abschreiben, Knotenspannung 1 minus Knotenspannung 2. Dann sieht man, naja, also, wie das immer so ist, die Schaltung hat so eine gewisse Symmetrie, die Symmetrie spiegelt sich auch in den Formeln wieder. So, wenn ich das noch für den letzten Knoten aufschreibe, 0 ist IQ, so, minus G1 mal U1, das war UQ minus Knotenspannung 1 und minus G3 und U3 war UQ minus U Knotenspannung 2. So, und jetzt sieht man, das ist schon mal ziemlich gut, ja, weil jetzt habe ich drei Gleichungen mit drei Unbekannten. Die drei Unbekannten sind erste Knotenspannung, zweite Knotenspannung und dieser Strom IQ und was jetzt clever war, diesen dritten Knoten hier oben hinzupacken, ist, die dritte Gleichung ist sozusagen entkoppelt, ja, also ich habe, wenn ich auf die ersten beiden Gleichungen gucke, habe ich zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Diese dritte Unbekannte, das IQ, taucht nur in der dritten Gleichung auf. Also, ich habe im Prinzip hier oben Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. So, und das versuche ich jetzt nochmal so ein bisschen in Matrixform hinzuschreiben. Also, ich mache da mal ein 3x3 Matrix draus, die ein bisschen länger, ja. So, die wird multipliziert mit dem Vektor der Unbekannten. Hier steht Knotenspannung 1, Knotenspannung 2 und der Strom IQ und hier drüben stehen sozusagen die Quellen, die gegebenen Größen. So, und jetzt muss man einfach gucken, was hier passiert und sich nicht verschreiben. Ähm, und wahrscheinlich ist es fast schlau, damit das jetzt so unseren üblichen Regeln entspricht, diese erste Gleichung einfach nochmal, äh, mal minus, oder alle Gleichungen wahrscheinlich mal minus 1 zu rechnen. Ne, zumindest die ersten beiden. Also, ich mache mal hier ein Minus davor, hier ein Plus und hier ein Plus, ja. Ja, so, also dann haben wir für, 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 für Knotenspannung 1 haben wir G1 plus G2 plus G5. So, für die Knotenspannung 2 haben wir Minus G5. Und verknüpft mit diesem UQ haben wir Minus G1 mal UQ. Wenn ich das auf die andere Seite rüberbringe, wird daraus ein Plus E1 mal UQ. So, jetzt habe ich alles aus der ersten Gleichung abgeschrieben. Jetzt gehe ich auf die zweite Gleichung. Hier mache ich das auch wieder mit einem Minus hier, mit einem Plus hier und mit einem Minus hier hinten. Drehe das Vorzeichen einmal um, so, dann gucke ich. Also, bei der ersten Knotenspannung habe ich Minus G5. Bei der zweiten Knotenspannung habe ich G3, ne, Minus und Minus macht Plus G3, G4. Und Minus und Minus macht Plus G5, G3 plus G4 plus G5. Und als UQ-Term habe ich Minus G3 mal UQ. Wenn ich das auf die andere Seite rüberhole, wird da ein Plus G3 mal UQ draus. So, und dann haben wir noch die letzte Gleichung. Also, da steht hier für Knotenspannung 1 G1. Für die, achso, ich stelle gerade fest, ich brauche hier noch eine dritte Spalte. Mal das nochmal ein bisschen nach hier ruckeln. G3, G4 plus G5. So, also 0 mal, bisher taucht hier 0 mal der Strom auf, ja. So, also habe ich Plus G1 mal UQ1 plus G3 mal UQ2. Boah, vielleicht sollte ich hier in der letzten auch das Vorzeichen einmal umdrehen, um das einheitlicher zu machen. Also habe ich hier Minus G1, Minus G3. So, und wenn ich das IQ auf die andere Seite rüberhole, steht hier, nee, halt, das IQ bleibt hier, das bleibt ein Minus 1. Das ist ja keine gesuchte Größe. So, und auf der anderen Seite rübergebracht, steht da Minus G1 mal UQ Minus G3 mal UQ2. So, naja, und dann stellt man schon fest, also was sollte auf der Hauptdiagonale stehen bei Knotenspannungsanalyse? Genau, die Summe der anliegenden Leitwerte können wir gucken. Also am Knoten 1 haben wir R1, R2, R5. Deswegen steht hier auch G1, G2, G5. Ja, das passt so weit. Am zweiten Knoten haben wir den Widerstand R3, R4, R5. Stehen hier die Leitwerte G3, G4, G5. So, und bei dem letzten passt es eben nicht, weil bei dem letzten ist eben ganz was anderes. Ja, da gilt diese Regel nicht, weil da ist die Spannungsquelle angeschlossen und da kennen wir ja die Knotenspannung. Da rechnen wir eigentlich den Strom aus und so weiter. Aber, also das passt laut Regel, das passt auch. Ja, hier habe ich, glaube ich, noch ein Minus verschlugert. Das ist das Minus, was von hier kommt. So, was sollte auf diesen Nebendiagonalen stehen? Der Koppelleitwert und zwar negativ, das passt auch zwischen ersten und zweiten Knoten. Haben wir diesen Koppelleitwert? Negativ. So, und hier hinten sollte eigentlich sowas stehen, wie die Stromquellen, die Summe der Stromquellen, die an den jeweiligen Knoten angeschlossen sind, zufließen positiv, abfließen negativ. Naja, und hier steht jetzt ein bisschen was anderes. Also, ja, man kann hier sowas so reininterpretieren, wie im Sinne von, naja, an diesen Knoten ist ja diese Quelle angeschlossen über diesen Widerstand. Ja, und an diesem Knoten ist diese Quelle angeschlossen über diesen Widerstand. Aber, ich glaube, das ist jetzt sozusagen so Zufall, dass das so ist. Oder, da würde ich jetzt keine allgemeine Regel draus bauen. Also, wenn man eine Spannungsquelle hat, ja, um das mal zusammenzufassen, Bezugsknoten an diese Spannungsquelle anschließen oder Spannungsquellen, Bezugsknoten so legen, dass die Spannungsquelle daran liegt und dann ist eben eine Knotenspannung schon gegeben. Und dann würde ich trotzdem das Gleichungssystem irgendwie aufschreiben und im Idealfall, im Normalfall, wenn man das richtig macht, sollte sich das Gleichungssystem eben um eine Ordnung reduzieren. Ja, wir haben eigentlich drei Knoten. Eigentlich würden wir auf ein 3x3-Gleichungssystem kommen, jetzt kommen wir nur auf ein 2x2-Gleichungssystem. Und das muss man aber trotzdem dann, naja, irgendwie mal einmal aufschreiben und dann im Prinzip auch irgendwie lösen. Ja, und also dadurch, dass hier schon mal zwei Nullen übereinander stehen, ist ja total gut, also ich kann das hier oben wie ein 2x2-Gleichungssystem lösen mit zwei Unbekannten und könnte das, wenn das jetzt irgendwie der Aufgabe zuträglich ist, noch in die letzte Gleichung einsetzen und damit den Quellstrom ausrechnen, der sich hier ergibt. Aber den könnte ich wahrscheinlich am Ende auch einfach so direkt dann aus irgendwelchen anderen Netzwerkgleichungen ausrechnen, wenn das hier gefordert ist. Ja, und also, ja, wenn das jetzt eine Klausuraufgabe wäre, dann würde man wahrscheinlich in dem Fall auch schon relativ viele Punkte darauf bekommen, jetzt allein dieses Gleichungssystem aufzuschreiben. Ja, und wahrscheinlich gar nicht so viel darauf, das jetzt auch noch auszurechnen explizit. Also es sei denn, die Zahlenrechnung ist total einfach, die jetzt hier passiert, weil die Widerstände alle 1 Ohm oder sowas groß sind und man die Zahlenrechnung irgendwie sehr schnell machen könnte. Aber die eigentliche Zahlenrechnung, Lösung des Gleichungssystems, wäre ja jetzt eher wieder ein mathematisches Problem und kein elektrotechnisches Problem. Genau, also wenn ich, ich könnte, ich könnte die Knotengleichung 3 immer weglassen und es würde mir nicht wehtun. Genau, also wenn man quasi jetzt nur diese... Genau, genau. Also ich könnte jetzt, um das hier ganz explizit zu machen, wenn ich jetzt nur diese Matrix nehme, nur das hier als Vektor nehme und nur das hier als Vektor hier hinten, würde das auch genauso schön funktionieren. Genau, aber ich meine das IQ, ja, also was rechne ich mit den ersten beiden Gleichungen aus? Damit rechne ich diese und diese Spannung aus. So, wenn ich die Spannung weiß und die Spannung weiß und hier die Gesamtspannung kenne, kann ich alle anderen Spannungen ausrechnen, dann kann ich auch alle Ströme ausrechnen, dann kann ich auch relativ schnell den Gesamtstrom ausrechnen, weil, also, dann kann ich hier oben direkt in die Gleichung sozusagen zurückgehen. Also, wenn ich jetzt das blaue Gleichungssystem hier unten löse, dann kann ich ja problemlos alle diese Spannungen ausrechnen. Wenn ich alle diese Spannungen kenne, dann kann ich das direkt hier oben wieder einsetzen, dann kann ich auch direkt IQ ausrechnen. Und dann, klar, da unten passiert jetzt auch nichts anderes, aber das da unten ist dann auch wieder ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Es sollte irgendwie nachvollziehbar sein. Ja. Und ich meine, jetzt bei solchen Aufgaben ist es natürlich, also, wie man so schön sagt, beliebig, aber fest, wo man da jetzt so einen Bezugsnoten hinlegt und wie man die anderen Knoten durchnummeriert. Und das heißt, wenn das jetzt jeder irgendwie so ein bisschen anders macht, ja, dann muss man sich bei jeder Lösung irgendwie wieder neu in irgendeine andere Nummerierung reindenken. Da wird man ja so ein bisschen mit Schugge dabei, ja. Also ist es hoch, nicht immer, aber doch relativ häufig, würde ich sagen, so bei solchen Aufgaben, dass dann diese Nummerierung schon mal fest vorgegeben ist. Ja, so dass dann im Idealfall auch alle irgendwie ein Gleichungssystem aufschreiben, was so ähnlich aussieht und dass man dann das ein bisschen zügiger kontrollieren kann. Ja.